Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, ja heute die sechste Folge von L.S.Ellerbach und ja wie ihr es wahrscheinlich schon seht, heute als BGA-Arbeiter und dadurch das eine Aufnahme zerstört ist, du ich jetzt nochmal aufnehmen, aber ja, Entschuldigung dass ich die andere Wiese nicht mit euch mähen konnte. Auf jeden Fall, wir mähen hier jetzt die zweite Wiese schon, die große Wiese ist schon gemäht, und ja. Oh. Oh, oh. Oh, ta-da! Dann haben wir die zweite Wiese auch fertig. dann tun wir das noch zusammenknappen dann 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 Ja. Hier seht ihr gleich, da das Feld ist schon gedreht. So, da müssen wir noch spadern. So, da müssen wir noch spadern. Ah, den Fuhrpark sollte ich auch noch zeigen. Hier einen schönen Fendt, dann das größte Schwader, dann ein Radlader mit Schaufel. Und hier den Krone, Radewagen und hier einen zweiten Fendt mit Schiebeschild und Rolle oder was das ist. So, da müssen wir noch spadern. So, da müssen wir noch spadern. Ich muss ein bisschen reinkommen. Oh, ich bin so sad, ich bin so ein bisschen... ...weak inside my friend. ...weak inside... ...weak inside... Ich werde es lenken. Vielen Dank. 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 Ciao, ciao.